... ... ... ... ... Ich bin schon so. Ich bin schon. 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 Das war eine Klödie. Und vielleicht auch... Der Pass! Das Auto, das sie fahren. Autodemotion 2.0 oder auch eben vor jeder Startwelle, es gibt jede Menge Möglichkeiten. Du, Peter, kommst du eigentlich mit einem normalen Auto theoretisch drüber? Ja, bei der Verschränkung jetzt schwierig, vor allem die neuen Schiffs, die haben sehr viel vorhanden. Und wie lange muss man da noch warten? Ich glaube, die Japaner haben eben schon... Ja, bei uns kann man kurz mal reinschauen, wenn man den genetischen Sport, das ist eine Saison der Telefon, der kann da mitfahren und wir helfen auch. Erfahren. 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 Erfahren.